so liebe leute herzlich willkommen zurück zu pokémon let's go eboli und wir machen heute weiter mit dem großen finale und zwar das heißt unter anderem auch vervollständigung des pokédexes ja und wir fangen heute an mit einigen wollen legendäre vogel pokémon fangen da fehlen noch ein paar na gut erstmal kommt unser rivale der ehemalige hallo ich bin jetzt meist nach oben oder danke wir kommen auch ja morgen von karto da gefällt dir so angesprochen zu werden wenn ich besser nicht allzu sehr an den titel wenn ich erst mal in fahrt gekommen bin und gehört dir ruckzuck mir aber das ist jetzt mal egal hast du auch schon von diesem super starken pokémon gehört ja muss ich haben natürlich ja 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 wusste ich doch dass ich das reizen würde das pokémon wird in der nähe von azurie city gesichtet angeblich hat es sich dort in einer höhle versteckt da sagst du gehen wir es suchen wer zuerst fängt geld ja und klar jeder weiß natürlich welches pokémon wird sich handelt in dieser aussage aber ja guck mal das hat so wenig spaß auf seiner reise zum pokémon das freut mich ja ich muss ich tatsächlich entschuldigen für das was in der letzten folge so passierte weil da ist einiges dazwischen durcheinander gekommen und alles um und dran irgendwas passt da mit der aufnahme nicht mich ärgerts gerade selber aber ich kann halt irgendwie auch nicht daran erinnern ich habe es versucht bis jetzt aber irgendwie wollte da mal ein schneideprogramm nicht abgestürzt man muss es halt so übernehmen wie es nicht ist na gut jetzt wurde schimpf ist deine welt ein bisschen größer durch die lüfte fliegen ich weiß so wie ich seit dem moment der welt größer geworden ist aber erinnerst du dich an mich? ich bin axel von rote 1 jetzt wo du krank bist habe ich tolle neuigkeiten für dich ich habe einen kantor zu trainer aufgetaucht die den imgang mit einem bestimmten pokémon gemeistert haben sie nennt sich meister trainer ähm ich in einer schule würde mich für den an der eivoli meisterin versuchung findest du bestimmt irgendwo auf dem pokémon weg wenn du mir wissen willst frag mich einfach was? der eivoli meisterin? moment halt 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 äh was macht er? äh wo sind das so leute also meistertraiter sind ja pokémon trainer die die umgang mit einer bestimmten pokémon art gemeistert haben sie sind ganz leicht zu erkennen sie stehen mit zwei runden in der gegend herum und denke nur an ihr liebstes pokémon herausfordern kannst du sie nur mit einer exakte pokémon art auf die sie sich spezialisiert haben also lassen auch keinerlei items im kampf zu wenn du pokémon im kampf bist du selbst der meistertrainer für diese pokémon art wenn du mehr titel hast kannst du dir selbst aussuchen welchen du fragen möchtest die mitarbeiter der videospielfirma und präsentiert helfen wir gern weiter hast du dich für einen titel entschieden kannst du ihnen den linken anzeigen lassen um nicht von den gegnern abzuheben ok hatte mal gerade ganz kurz das wollen sie sich irgendwie weiter geht also du bist das also was bist du für einer jetzt hier also das ist ein typ der hier irgendwie müsste ich tatsächlich alle noch alle machen um alle ruten abgehen heute wieder wir machen heute weiter auf jeden fall mit dem ersten teil und guck mal den pokémon was wir heute so überhaupt anfangen zu fangen gut das findet man an der aber aber wenn wir jetzt holten werden jetzt nach und nach versuchen der pokédexte vervollständigen das ist mein ziel ja damit haben wir jetzt an mit aber auch evo die hat ein geschenk für uns eine ach wie cool dankeschön evoli ein blumfrau zu sehr völlig mit viel mehr von einem ganz besonderen trainer gesteckt wurde dankeschön evoli das ist sehr nett von dir warte mal bekommen wir mal werden schon in der hände jetzt immer das dankeschön so dann kommt man wir müssen auf jeden fall erstmal nach azuri city heute geht es wie gesagt ins kurze finale ich weiß noch nicht was heute machen wir werden erstmal versuchen jetzt nach und nach dem pokédexte zu vollständigen mein ziel ist es heute als erstes zu fangen in einem kraftwerk deswegen ist es auch sehr sinnvoll ach hier ist unser trainer als ein russana trainer ok also das brauche ich jetzt erstmal nicht ich guck jetzt erstmal dass ich hier das singsten bekomme das abrad das soll es scheinbar hier links in dem feld geben du bist ein luchzentrainer aber moment ich könnte mir einfach jetzt kommen da auch mal da auch ich kann einfach keine pokémon trainieren es ist auch total leid dass ich nun mal immer noch so schwach ist ich würde es gerne einen fähigen trainer übergeben der ist richtig trainiert du hast also bisher 67 pokémon gefangen boah wie cool ich will dass du dann mit dir jetzt meinen commander kümmerst ja halt verstanden also dann ich verlass mich auf dich so commander halten brauchen wir eigentlich nicht mehr im deck soweit ich das richtig im kopf habe sondern wir nehmen es einfach so mit sondern wir nehmen uns in den eintrag aber das ist dann auch jetzt egal ja so ok dann versuche ich mal auch schon aber aufgespielt bekomme hier im gras ich guck mal gerade in den pokedeck weil ich muss jetzt ja haha ich muss jetzt ja gucken wo es ist aber irgendwie wollte das spiel wie gesagt das spiel kommt du vergisst es okay irgendwie muss doch wirklich sein oder nicht ne so warte mal jetzt naja ich hab da hinten in den hinsiedermann geschehen ich dachte jetzt habe ich ein bisschen glück dass ich das handy mit dabei habe das habe ich überhaupt nicht gesehen und am ersten durchgang ist ein super trank aber nicht tragisch wie gesagt heute wollte ich eigentlich das gerne haben das ist aber nicht tragisch ich hoffe zumindest das war jetzt aufgespielt das kann aber so dass wir heute tatsächlich die suche nach dem abra machen äh ich muss mal tatsächlich nicht nachgucken ich komme sofort wieder ich melde mich gleich zurück weil ich muss tatsächlich auf mein handy holen weil da kann ich mich nachgucken was die einzelnen fundorte und die einzelnen pokémon gibt und dann nehme ich mit meinem ich muss mich mal wieder zurück weil ich dann habe ich mich doch gesagt So, liebe Leute, damit bin ich da wieder. Hat auch nicht lange gedauert. Jetzt gucke ich gerade mal nach, weil ich muss... Das Topsy ist mir gerade jetzt nicht egal. So, ich muss jetzt gerade mal nach. Okay, 5, 6, 7 und 8. Und dann kann man hier ewig suchen. So, also, Route 8, das müsste bei Prismania City sein. Ja, hallo, Leute. So, ähm... Ja, Leute, ich hab dich auch ganz doll gern. Äh, spielen... Nein, spielen... Spielen, spielen, spielen. Ich möchte gerne auf die Route kommen. Und zwar Route 5 ist das. Hat er mir gerade gesagt. 5, 6, 7 und 8. Dementsprechend müssen wir... Okay, dann weiß ich, wo ich hin muss. Route 5 ist tatsächlich die Route runter... Und das möchte ich unbedingt mit dir spielen. Auf mich in Ruhe. Tschüss. So, also... Wie gesagt, das kann also dauern. Dann passiert es heute, dass wir nicht viel kriegen. Und nur kommen. Ah, zu, ja, zu, ja, zu, ja, zu, ja, zu, ja. Das ist... Äh, wir haben wir zu, ja, zu, ja, zu, ja. Ich muss jetzt also... Oh, ich muss jetzt also... Ich muss jetzt runterkommen. So, also... Den Busch, da komme ich schon den Busch, da wir machen. So, ist das jetzt Route 5 hier? Ja. Oh, das wird auch Boga. Ähm... Ich wollte aber naber. Ja, Gott. Äh... Coolpicks. Ich kann doch schon wieder abkürzeln. Ich werde auch gut sehen. Es gibt ja auch noch welche. Also, es kann aber auch wie sonst, sondern, dass wir heute tatsächlich ein bisschen nicht allzu viel schaffen. Weil halt, wie gesagt, die Suche nach Abra... Ich will ja, wie gesagt, im Pokédex gerade mit euch vervollständen. Zusammen. Und dazu müssen wir einige Pokémon fangen. Das erste soll ja heute kommen. Ja, dann machen wir das Hauptos danach. Nächste Folge. Das ist jetzt ein bisschen ziemlich... Passiert jetzt einfach mal. So, also, ich gehe mal kurz noch runter. So, aber noch einen Super-Tang mitnehmen. Ach, Taub-Sie, hau ab, ey. Und das ist Taub-Sie erscheinend. Brauche ich nicht. Geh mir, ja. So, tschüss. Da ist aber... Also, damit haben wir dann... Zumindest den Eintrag drin. Damit wären wir ja ein weiteres Pokémon. Ja, Mann. Jawohl. Ja, das geht ja schon jetzt. Hau ab. jetzt aber du kannst auch mal drinnen bitte ich will dich aber haben und wenn ich jetzt ewig mal den peter bälle verbraten ok aber eigentlich schon mal drin und dafür haben wir jetzt ja neues pokémon so aber geht auf jeden fall meine postenbocken ist klar damit haben wir das nächste pokémon auf unserer liste abgearbeitet damit sie mal bei 100 und 3 für sie also sind sieben pokémon so geowatz muss ich irgendwie auf die reihe kriegen ich weiß nicht wo ich nicht so teilweise das ist klar ja das sind die drei vögel das ist klar die frage ist was ist hier noch sich nur pin sie ja wahrscheinlich ich glaube ich habe ich beide schon gesehen ich muss jetzt gerade nachgucken was ist ich muss ja sagen nach dem pokédex vollkriegen also mein ziel ist es jetzt ist was zu machen so fangen wir an auf jeden fall ich bin gerade was wir hier oben an sich was muss ich gucken wo ich das hinkriege folge pokémon nummer 76 bist du 76 bist du 76 bist du 38 39 sind harmonie das am rosa schein nicht ja das sind da oben irgendetwas sieben pokémon also das ist geowatz die drei vögel haben das amorose und mutter halten dann haben wir so glaube ich insgesamt jetzt muss ich überlegen wo ich das geowatz herkriege geowatz so 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 keine ahnung ich verstehe es so 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 Sonst muss ich mal einen Let's Go-Account dazu packen. Ich erge jetzt gerade, dass ich das Geowatz nicht sonst nicht kriegen kann. Okay. Egal. Machen wir erstmal heute den Weg zurück. Nach Azubu City, weil dann mache ich nämlich jetzt hier einen kleinen Break. Ich erge mich gerade. Ich hätte gedacht, okay, wir haben bestimmt einen Trainer, der ungeowatz besitzt, der mir ein bisschen helfen könnte. So, einfach wie gesagt, mit den leichtesten jetzt. Mit Azubu City. Und da muss ich zurück zum, auf jeden Fall nochmal kurz mal neue Hyper-Track- Ach, Hyper-Track. Ich muss ein paar Dings kaufen, über Bälle kaufen. Weil sonst wird es ein bisschen schwierig werden. Ich habe nur 35 und das könnte ein bisschen schwierig werden gegenüber dem guten... Äh, den Legis. Die werden wahrscheinlich richtig fressen. Und ich erinnere mich an meinem Let's Go-Pokémon-Let's Go-Pikachu. Och Gott, da habe ich ewig dran gesessen, bis ich da mal irgendwie eins der Legis hatte. So, ich will etwas kaufen. Ich möchte Überbälle kaufen. Oh, ich möchte überführen. Ich habe eh genug Kohle, das heißt, gut damit. Gehen wir sie mit. Gehen wir sie mit. So, okay, dann haben wir das. Dann haben wir das. Müssen wir jetzt gerade gucken. Also, wie die Folgen ich heute machen, weiß ich noch nicht. Eigentlich nicht mehr da hoch wieder. Ich glaube, diese Einzel-Trainer da, die kriegst du auch nur... Die müssen im gleichen Pokémon nur einen Weg entwickeln, äh, angreifen. Also der als Rossana-Trainer, der muss ja wahrscheinlich nur Rossana... Also, wir dürfen ja noch... Ich glaube, das ist sowieso zu spart. Ich habe eins irgendwo, aber... Ja. Oh, Route 9. Nächstes Mal... Es ist unser Ziel, wie gesagt, wir reißen jetzt zurück nach... Oh, Charliere. Oh, da muss Charliere wollen. Ich habe schon gefangen. Ich habe uns in der Zinnoberhöhle, glaube ich, gefangen. Ja, die Zinnoberhöhle, natürlich. Dieses abgewandte Haus, weißt du? Ja, irgendwie sowas. Das ist unser nächstes Ziel. Ja, da brauchen wir nicht noch mal schon. Zack, weg, weg, weg. Boah, mein Gott. Siehst du, wenn wir auch durch von der Nase aufgetaucht. Item oder so? Okay, dann würde ich es auch noch mal feiern. Wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Und dann kümmern wir uns am Anfang um Zapdos. Und ja, das ist ein Trainer, den ich hier wahrscheinlich auch gerne noch mit. Bis dahin und ciao. Boah. Töcher.